Herzlich Willkommen im Restaurant im Westen. Wir haben geachtet auf die Produktbeschaffenheit, auf die Frische und auf die Handwerklichkeit in der Vorbereitung der Speise. Wir haben uns auf die Farben, auf die Täler, auf die Kontraste zwischen Food und Täler konzentriert. Weiters haben wir eine ganz tolle Bar in dem Charakter von einem Lounge. Wir haben hier zehn verschiedene Gins, in denen Sie eigentlich mit vier verschiedenen Tonic Water und die dazugehörigen Gewürze kombinieren können. Wir haben einen Grill, in dem wir einen Rib-Ei-Steak oder ein Dreierich haben. Die Salate werden frisch vorbereitet. Im Prinzip bewerten Sie in der Küche eine frische Küche. Sie können frühmorgen Ihre belegte Brötchen bestellen. Wie auch in den Cappuccino, in den Kaffeespezialitäten. Wir wollten in einem Restaurant eine Art der Kommunikation schaffen. Wir haben für dieses Restaurant große gewählte Tische. Die Architektur ist so, dass wir eine Decke gewählt haben, die einfach eine ganz andere Atmosphäre vermittelt. Wir wollen in den Sommer starten mit einem Food-Talk. Wir können den Beef-Brisket, Pool-Pork, wir wollen auch das Thema Eis ansprechen draußen auf der Terrasse. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 veggd